Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video hier bei eHio. Wir bauen heute mal mein geliebtes Agilent U12-73A auseinander. Warum machen wir das? Nicht nur, weil wir es können und weil wir wissen wohl, was drin ist und wir uns natürlich die ganzen Chips anschauen und einfach eHio sind. Nein, wer erkennt das Problem? Da ganz doll reinzoomen und hier ganz doll... Ah doch, man kann, also ihr seht das, man kann ein bisschen was ablesen. Es ist ein OLED-Display drin und es ist kaputt. Und es ärgert mich, weil das Ding kostet irgendwie 400 Euro. Es ist halt ein OLED. Ich wusste, dass ein OLED irgendwann kaputt gehen wird. Ich dachte nicht, dass es einfach so kaputt geht. Ich dachte, ein OLED wird immer dunkler und dunkler und dunkler und geht irgendwann kaputt, weil man ganz viele Betriebsstunden drauf hat. Nein, es geht einfach so kaputt, weil ich habe das jetzt nicht den ganzen Tag im Einsatz, wie es jetzt in irgendeiner, keine Ahnung, Fertigung oder in einem Industriebetrieb der Fall wäre. Nein, ich habe es ab und zu im Einsatz. Und es ist kaputt. Und es ärgert mich. Aber es ist nicht so schlimm. Es gibt für 70, 80 Euro Ersatz-Displays. Und das bauen wir ein, weil ich habe zwar hinten einen Bluetooth-Anschluss und einen RS-232-Anschluss, aber ich finde es an sich praktischer, wenn ich den Messwert direkt am Display ablesen kann und nicht über den PC gehen muss. Beißt sich jetzt ein bisschen mit meinem Pocket-Video. Na, egal. Wir schrauben also mal auf, schauen mal, was drin ist, weil, wie gesagt, ich bin ja grundsätzlich immer ein neugieriger Mensch. Und aus dem Grund schrauben wir das Ding auf, schauen, was drin ist. Die Batterien sind gut, nicht, dass jetzt jemand sagt, die Batterien von mir sind alt und das Display geht deswegen nicht. Die Batterien sind frisch aus der Kiste raus und deswegen definitiv gut. Gut, ich kann sie nicht nachmessen, weil mein Multimeter hat, wie ihr gerade gesehen habt, ein kaputtes Display. Hier sind zwei Haltegriffe, da kann man das hochheben. Und dann sehen wir hier den Drehgriff mit den Schleiferkontakten, die hier mit drin sind. Da oben die Tastatur für diese Tasten, die man hat mit diesen ganz normalen Kohlepads, wie man es kennt. Und hier kann man von diesen Schleifbahnen das Gegenstück erkennen, schaut so ein bisschen wie ein Inkrementalgeber aus. Und dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an, was da so drauf ist. Also hier vorne kommen wir mit unseren Messbuchsen rein. Wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal anschauen, wir haben hier Spannung, Widerstand, hier ist Masse, hier sind die Stromeingänge. Das heißt, hier sind die zwei Stromeingänge. Die zwei Stromeingänge gehen dann entsprechend hier über diese Vorsicherungen. Einmal über die 11 Ampere, die Stromsicherung für den 10 Ampere Bereich. Und einmal über die 440 mA Sicherung für den 440 mA Bereich. Hm, ist 11 Ampere abgesichert oder wohl 10 Ampere? Na egal. Geht hier rüber, wir sind dann hier in dem Bereich und gehen dann auf diesen Strommesswiderstand, diesen Schandwiderstand, das Stückchen Draht hier. Mehr ist das nicht, wie so ein Stück Draht, mit dem wird der Strom bei diesem großen Strommessbereich gemessen. Beim kleinen Strommessbereich sind wir irgendwo hier oben. Hier haben wir noch irgendwelche Schutzdioden drauf, so wie es ausschaut. Und irgendwelche Gleichrichterdioden drauf, so wie es ausschaut. Und gehen dann, keine Ahnung, vielleicht ist das der Präzisionsmesswiderstand, den wir dann hierfür brauchen. Könnte sein, dass das der Widerstand ist. Für die kleinen Strombereiche bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass das der Widerstand ist. Hier nochmal PTCs, ein ganzer Schwung. Also irgendwelche Temperaturkompensationen werden hier vermutlich vorgenommen. Was uns jetzt aber interessiert. Wir haben hier eine ganze Handvoll Chips drauf und ich habe das schon mal netterweise für euch markiert. Die roten Chips sind Max 4611, 4611. Das sind vierfach Multiplexer Chips. Da kann man quasi irgendwelche Signale umschalten mit den roten Chips. Die blauen Chips sind Max 4583 bzw. 4582. Das sind auch zweifach, also sind jeweils zwei Vierkanal Multiplexer da drin. Also hier wird richtig viel umgeschaltet, wie man erkennen kann. Dann haben wir hier unten so kleine Chips drauf. Hier haben wir einmal einen 285. Das ist eine Spannungsreferenz, Spannungsquelle mit 2,5 Volt. Also das ist quasi unsere Referenz. Die sorgt dafür, dass wir richtig gut messen können. Nebendran haben wir einen OPA 340 UA. Standard Operationsverstärker. Jetzt gar nicht mal irgendwas Besonderes. Also ein Feld, Wald und Wiesen Operationsverstärker. Sehr unspektakulär. Die ganzen anderen kleinen Chips, die wir hier haben, die sind jetzt auch nicht sonderlich spektakulär. Also wir haben hier irgendwelche Nandget da, also 74KZ 132, irgendwelche D-Flipflops. Also gar nicht großartig was Spannendes da drumherum. Da geht es gar nicht genauer drauf ein. Was aber richtig, richtig, richtig cool ist. Und das, ja, das muss ich euch ja sagen, was das Teil kann. Und zwar haben wir hier einen Chip von Analog Devices. Vielleicht habt ihr ja mal so eine Anwendung und dann braucht ihr genau diesen Chip. Weil, jetzt passt es auf, festhalten, dieser Chip, der AD637, das ist ein Messchip, der euch TrueRMS berechnet. Also ihr gebt da vorne irgendeine Spannung rein, also ein Sinus, Cosinus, Drechteck, Dreieck, was auch immer. Und der Chip wandelt es euch in eine Gleichspannung um. Also ein TrueRMS zu Gleichspannungswandler. Also falls ihr mal so eine Anwendung habt, Analog Devices, hat da was im Angebot. Heißt, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr Analog Devices, oder? Hat, glaube ich, irgendwie wurde das ja aufgekauft. Hier, das im Übrigen, sind die zwei Kontaktpads. Weil wenn wir uns das hier anschauen, haben wir hier zwei so Schleiferkontakte, zwei so Federkontakte für die Batterie. Die ist also komplett gekoppelt. Hier sehen wir auch nochmal ganz viel Abschirmblech, Abschirmfolie. Also da nochmal, um Störungen von außen zu minimieren, nochmal alles hier geschirmt. Hier sehen wir die zwei Ausgänge, die zwei Löcher, die für diesen Infrarotanschluss da sind, den ich euch gesagt habe vorhin. Hier sind die zwei LEDs, einmal ein Sender, einmal ein Empfänger. Weil man ja eine Infrarotverbindung mit dem Computer oder mit dem Bluetooth-Modul aufbauen kann, das dann da hinten drauf gesteckt wird. Auf der anderen Seite, unser Display, das netterweise ja kaputt ist und welches praktischerweise einfach mit einer Stiftleiste gesteckt ist. Dann haben wir hier ein OLED-Display, diesen Pufferblock muss ich rausnehmen und für das neue Display nehmen habe ich in der Anleitung gelesen. Das OLED-Display, der Display-Controller und ein bisschen Spannungsversorgung auf der Platine selber direkt drauf. Dann haben wir hier einen 8-Bit-Micro-Controller drauf, einen D78F0547, also irgendein Standard-Renesass oder was, das ist so ein 8-Biter halt. Das nennt irgendwie was ultimativ krasses irgendwie, das ist jetzt kein 32-Bit-Arm mit weiß Gott wie viel Rechenleistung in dem Multimeter drin, erschreckenderweise. Und hier auf der Seite haben wir noch 74HC595, wissen wir eh was, das ist ein Standard-Schieberegister, vermutlich mal, dass man mit den wenigen Pins von diesem Mikro-Controller einfach, so wie Port-Expander, kann man quasi diese vielen, vielen Multiplexer, ich denke mal, dass man es braucht, weil bei so vielen Multiplexern hat man ganz schön viele, die man ansteuern muss, damit die richtigen Signale an der richtigen Stelle ankommen. Das Display, ich mache jetzt einfach mal ganz uncharmant Werbung, ich muss eh Werbung einblenden oder Werbesendung einblenden, Werbevideo einblenden, weil man sieht ja hier aus, dass es ein Agilent-Gerät ist, also sobald ich eine Marke zeige, muss ich diese irgendwie preis tun. Die Firma heißt LC Design, Hartmut Putzig, das war jetzt der einzige, bei dem ich das gefunden habe als Ersatzteil, und zwar jetzt nicht original, kein original Agilent, aber scheinbar kompatibel, also nehmen wir das jetzt einfach mal her und bauen es ein und hoffen, dass das dann auch funktioniert soweit. Den Pupferblock, den kleben wir noch fest, dann kommt das Display auf, die Stiftleiste drauf, das ist schon mal, das passt schon mal so kompatibilitätstechnisch, und die Löcher scheinen auch zu passen, heißt, wir können das Ganze auch gleich wieder festschrauben, und jetzt bin ich mal so naiv und schraube das ganze Teil sofort wieder zusammen, weil, so rum, weil das sonst, ich muss ja hier diesen Drehschalter irgendwie drin haben, ich brauche hinten die Kontakte für die Batterien, ich kann das jetzt nicht irgendwie schnell zusammenhalten und gucken, ob es funktioniert, also spekuliere ich jetzt einfach mal drauf, dass es funktioniert, noch die schönste Arbeit von allem, die Schutzfolie abziehen. Gibt es eine schönere Arbeit, wie Schutzfolien abzuziehen? Nein. Das Display schließt bündig ab, und bevor ich es jetzt aber schon endgültig verschraube, noch der Test, ob es funktioniert, Spannung steigt, Oh, wundervoll, wundervoll, ich kann wieder was ablesen, und es scheint wirklich absolut kompatibel zu sein, also ich muss jetzt nichts ändern, nichts umstellen, gar nichts, ich habe hier tatsächlich alle Anzeigebereiche, es funktioniert, ich bin sehr, sehr glücklich, dass mein Multimeter wieder soweit funktioniert, schauen wir nur schnell das alles zusammen, letzter Test, funktioniert immer noch, ich bin glücklich, ich finde es schön, dass ich jetzt weiß, was drin ist in so einem Multimeter, was für Bauteile, die da verbaut haben, ich finde das Analog-Devices-Chip total spannend und interessant, weil den kann man sich definitiv mal im Hinterkopf behalten, ich finde jetzt die Reparaturkosten 70, 80 Euro für das Display bei einem 400 Euro Messgerät auch okay, klar, so ein OLED-Display, ich meine, ja, es ist ein bisschen Elektronik drumherum, wahrscheinlich könnte man das Display selber auch tauschen, wenn man jetzt das irgendwie herunterkriegen würde, könnte man das vermutlich hier verlöten und würde sie dann vermutlich, keine Ahnung, 50 Euro sparen oder sowas, müsste ein neues Display drauflöten, würde vermutlich auch gehen, wenn man denn das Typ-Display findet, das dann hier genau pin-kompatibel und alles ist, so gesehen fand ich die Lösung jetzt einfach aufschrauben, tauschen, schon etwas angenehmer. Vielen Dank fürs Reinschauen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es uns in die Kommentare, vergesst das Abo nicht, weil Abo ist ja wie bekannt das Wichtigste für YouTube und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Video, ciao!